So kann man den Sonnenuntergang sehen und sehr sehr schön dafür lohnt es sich doch mal aus dem Haus zu gehen. Was habe ich heute gemacht? Ich wollte erst mal eine Runde Drohnen fliegen und bin heute eine Runde mit der Mavic Mini geflogen. Bisschen Steuern üben und so und bildtechnisch bin ich nicht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach dadurch bedingt, dass es hier nicht sonderlich viel zu geben scheint, also nicht so schön zu sehen. So sieht es hier aus. Auch sehr schön, also sehr schön, sehr viel nichts. Was halt hier echt gut zu sehen wäre und zu fliegen, sage ich jetzt mal, wäre die Bagger hinten, also diese Schaufelrad Bagger von dem Umkreis des Bergbaus in Leipzig und die wären echt cool. Aber tja, ja tatsächlich darf man eigentlich fliegen, weil es halt Industriegelände ist. Da hinten werden die Dinger. Ich versuche mal, ich weiß, das ist jetzt so filmtechnisch nicht so das Geilste. Das wären diese Schaufelrad Bagger. Ich habe ein Foto gemacht, aber mehr war jetzt leider nicht drin. Und da hinten werden die Dinger. Ich habe ein Foto gemacht, aber ich weiß nicht so, das ist das Geilste. Vielen Dank.